Das sieht nach einem Eyeliner aus. Steht auch drauf. So muss man drehen. Darf man nicht ziehen. Wenn ich das ein Auge zu habe. Wenn ich das jeden Morgen machen würde, könnte ich sicher sein, dass es jeden Morgen besser wird. Ein Schlachtfeld, oder? Jetzt das andere Auge. Genau, das war mein Plan. Ein Lied ist irgendwo anders, oder? Gar nicht so einfach, wenn das Auge zuckt. Liedschatten, was ist das? Liedschatten. Mach ich das mit dem Pinsel hier? Dafür brauch ich den Pinsel. Das ist dieser Pinsel, der dazugehört. Das habe ich beim Boris übrigens gesehen. Der hat immer getupft. Ein bisschen. Okay. Ich habe mir von Herrn Entrup abgeschaut. Der macht das auch so. Wie lange braucht man morgens so als Frau? Eine Viertelstunde? Respekt. Das ist die andere Seite. Das ist die andere Seite. Das ist mir überhaupt nicht zufrieden, wenn ich ehrlich bin. Die Augen drehen ein wenig. Auf jeden Fall ziemlich smoky aus. Als nächstes nehme ich das Aufnahmeleiner. Das sieht nach einem Rippenstift aus. Vielleicht an die Mascara. Das sieht, glaube ich, nach dem Mascara raus. Gar nichts verführt. Das ist ein Verwissen. Ist das ein Radierer? Aber das ist zwar schon dreckig. Weil es etwas sehr Besonderes war und Teures, ist es auf jeden Fall nicht mehr besonders. Ich mache meine Fehler weg. Das sieht aus, als ob es für die Rippen wäre. Vielleicht ist es ja um die Konturen ein bisschen hervorzuheben. Augenränder wegmachen. Ah, Mascara. Hier steht es auch drauf. Extrem gelogen. Möchte ja jeder gerne haben. Könnt ihr nicht ein paar Tipps geben? Hinten habe ich leider keine Wimpern. Es sind noch nicht so viele. Da gehe ich das leider nicht hin. Ah, das brennt. Eieiei, guck mal. Ab morgen so. So. So, ich glaube dann wäre jetzt der Lippenstift an der Reihe. Lippenstift. Glaube ich. Fühlt sich ein bisschen an wie ein Labello. Oh. Ich glaube die braucht man eigentlich nur wenn man gefakt wird. Irgendwann ausgeht oder? Das ist wie so ein Mordinstrument von irgendeinem komischen Chirurgen. Sonst wüsste ich jetzt nicht wirklich, wofür die gut sein sollen. So einen Sprung rein bekommen. Ich glaube ich habe es. Äh. Aha. Und dann ziehe ich die, oder? Ach, nicht ziehen. Macht aber kein Unterschied. Nicht sehr. Und jetzt wird es so nach oben drücken, oder was? Ja. Und dann drücken? Ja. Vielleicht mal. Wohl doch. Jetzt sind die ein bisschen weiter oben, oder? Das ist klein oder schlecht. So ein bisschen Doppelung hatte ich schon. Nö. Vielleicht bin ich schon mal einer. Das ist auch Wimperntusse. Sieht auch nach Mascara aus. Ich habe hier schon mal einen schwarzen Kopf. Deshalb die kleinerer, aber die kann man erinnern. Ja, die mache ich halt auch. Der zu vorne. Der zu unten. Das ist nicht für die Wimpern. Nein. Ja. Vielleicht für die Augenbrauen, genau. Das ist für die Augenbrauen. Für die Augenbrauen. Sieht schon scheiße aus, ne? Das ist eine Pflege. Hm. Das sieht bei mir nichts. Sieht genauso aus wie für Rouge. Und das ist ein bisschen Pulver. Großen Hinsel. Ganz leicht so reingedrückt. Das sind voll viel, ne? Ja. Ich tue wieder ein bisschen zurück. Wo? Weil mir kam das ein bisschen Pulver auf. Und auf die Wangen auf die Kranie. Die Kranie. Die Kranie. Ich habe jetzt schon ein bisschen rumgesagt. Der Rouge ist gefährlich. Und jetzt auf einmal ist voll viel drauf. Was ist eigentlich los? Ich bin schon fast fertig. Mit dem Nagellack. Oder ist das jetzt der letzte Schritt? Welchen Finger darf ich machen? Alle irgendwo. Alle? Dann... Darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. Von einfach. Ja. Und dann ja. Deswegen. Ich bin halt so... Ich bin ja sonst nicht gefühlt. Also ich bin ja noch illegal. Und dann ja. Aber ich bin ja noch schnell überraschend. Und dann ja so. Und dann ja so. Schön finde ich mich jetzt nicht unbedingt im Schnitt seit dem Sommer, dass man morgens eine halbe Stunde im Bad rumhängt als Frau. Tja, das verstehe ich eh nicht, wenn Frauen dafür immer so lange brauchen. Ich würde lieber eine Stunde länger schlafen als eine Stunde vor dem Spiel getroffen. Ich habe zum Feuereinwürderung für euch, das finde Frauen toll. Das Mink und das Mink. Wie ihr wollt. Vielleicht geht das ja mit ein bisschen Übung schneller. Na gut.